Ja, hallo, willkommen und grüß Gott zu einer neuen Folge UFC 3. Ja, heute mal ein kleines Experiment meinerseits, ist natürlich die Frage, wie ihr das so mögt und wie du das magst, mit Facecam. Weil ich einfach gesagt habe, hey, ich habe Bock drauf, daher, warum nicht? Probieren wir es einfach aus und ja, ich würde sagen, bevor es jetzt zum nächsten Kampf geht, legen wir mal das Training fest. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie unser Trainer ist. Nicht viel Geld haben wir überhaupt. Wir haben gut Geld, ich sehe gerade, wir haben gut Geld. Gehen wir denn ins Preed, Crossbreed MMA? Ja, komm, machen wir einfach mal. Fünf Wochen durch rocken, 40.000 aufs Konto hauen, naja, auf den Kopf hauen. Ja, also im Moment muss ich dazu sagen, Facecam ist für mich noch sehr aufwendig zu schneiden, ja. Weil ich muss erstmal den Ton von hier und dem da synchronisieren und dann kommt noch der Ton von der Aufnahme dazu. Und ja, nicht so leicht, aber da komme ich schon noch rein. Dann wird das auch immer mehr kommen. Ich werde jetzt immer mal alle paar Folgen was bringen, vor allem jetzt bei UFC oder bei anderen Sachen. Wenn ich jetzt weiß, okay, das ist das Spielfinale, dann werde ich da vielleicht auch mal Facecam bringen. Oder wenn ich weiß, da kommt jetzt mal eine coole Stelle oder so. Aber wie gesagt, wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich werde es ausprobieren. Habe schon ein bisschen rumgeschnippelt, rumprobiert. Es klappt ganz okay, ja. Aber nichtsdestotrotz kann man ja noch das ein oder andere ausprobieren. Jetzt sind wir hier mal im Training. Mal gucken, was wir so machen wollen, machen können. Haken und eine gerade Stufe 5. 25 Punches und 90 Minuten gegen Dan Henderson. Ja, hallo, gib her. Gib her. Dan Hendo Henderson, ladies and gentlemen. UFC-Legende, die hätte... Ja. ...früh genug aufhören sollen. Aber... Also ich mag den Typ echt, aber der ist halt schon seit... ...tausend Jahren gefühlt im MMA-Business. Und das muss halt nicht sein, wenn du jemand damit bitte 50 noch rumgräbst und sich aufs Maul hauen lässt und seine besten Tage eigentlich hinter sich hat. Und wie du siehst, ja, Paul Eriksson hat sich ein bisschen verändert, hat ein paar Tots bekommen, ist ein bisschen muskulöser geworden, nicht mehr ganz so speckig, sag ich mal. Ja, und jetzt gehen wir mal auf weiter hier. Ein paar neue Fähigkeiten bekommen, das ist ziemlich, ziemlich cool, ja. Wenn du jetzt natürlich Thema Facecam noch irgendwelche Tipps hast, wie man sagt, hey, so könnte man das Ganze, ja, ähm, besser bearbeiten oder kann man es, wie gesagt, generell besser machen, dann ruhig mal in die Kommentare schreiben. Würde ich mich darüber freuen. Hilft bestimmt den anderen zwei Jungs auch gerade, die aufnehmen. Ja, ja, da kann man dann schon mal zusammenarbeiten und jeder profitiert davon. Ist ja nicht so, dass jeder sein eigenes Zeugchen macht, sondern ich mich zum Beispiel auch viel, was Projekte angeht oder auch solche Sachen mit Facecam. Ich kündige es zumindest mal an oder spreche es auch gerne mal an, ja, oder spreche es gerne ab, so, sagen wir es mal so. Ich habe mir zum Beispiel schon Pokémon gesichert für den Winter, falls es kommt. Haha, kriegt keiner, keiner von den beiden. Ja, und wie gesagt, ich würde gerne wissen, wie es dir gefällt. Genau, hier nochmal ein bisschen Scrappling besser, wobei ich eigentlich stragging auch besser machen würde. Scrappling ist ja schon ganz gut. Wir müssen den anderen ja auch ein bisschen aufs Maul hauen können. Ja, ich weiß, was ich machen wollte, Sparring, ne? Ne, nochmal klar, bis jetzt die Ausdauerung und Gesundheit. Aber wir hätten noch was machen können, ne? Ach, wir hätten noch was machen können, egal, jetzt gibt es an ihm noch einen kleinen Sparring. Ich bin gespannt, wie es für ein Training ist. Wir haben nur den Schlaghaggeldrill und der verbessert auch nur mein Grappling und mein Handy hat gerade vibriert. Hey, das sind zwei Vibrationen und heißt es, es war irgendwas mit Facebook. Oh ja, Mickey Gall ist mein nächster, Mickey Gall. Strike-Anfälligkeit, okay. Wenn der Strike anfällig ist, dann geht man Strike-mäßig auf die Mütze, Mann. Oh, ja. Aua. Aua. Ich dachte, er ist Strike-anfällig. Aber gut. Ich sag mal, die Sparrings-Partner hier, die kopieren das schon ganz gut. Ich sag jetzt nicht hundertprozentig, das ist klar. Du kannst es nie hundertprozentig machen. Ich muss auch mal ein paar Kicks lernen. So, Mann. Na. 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 Hallo. Da. Hoher Single-Hack. Und. Ab auf die Matte. Sehr schön. Und aufs auf. Jetzt kommt noch sogar eine Submission. Egal. Bin ein bisschen überdreht. Ah, nicht gut. Egal, das kriegen wir wieder runter. Jetzt heißt es für mich eh bloß noch PR-Management. Lass nicht zu, dass der Gegend dich von hinten zu packen bekommt, auch wenn du dafür in der Mount einiges einstecken musst. Denk dran, Strikes zu blocken, ehe du einen Positionswechsel ansetzt. Okay. Heißt nicht packen lassen. Gut. Oder zumindest in der Mount bleiben. Oder ihn ausjoken. Oder irgendwie anders zum Tappen bringen. Genau. Eigenwerbung. Habe ich denn irgendwas? Ne. Natürlich nichts zum Regenerieren. Genau. Ich verpasse einen Post zur neuen Frisur. Und zu meinem neuen Tattoo. Na ja, Haarschnitt, das trägt man heute so. Ja, Viking. Ja, hast ja recht. Jetzt haben wir noch 20 Punkte. Ja, komm rein. Irgendwie noch die Matten. Jetzt sind wir schon mal in Woche 4. Nehmen wir mal ein Eisbad. Das Geld haben wir ja jetzt inzwischen. Und schon sind wir auf einem guten Punkt. Und so. Jetzt hier gleich noch auf dem Stream gemacht. Das ist eine Beliebtheit. Mir egal. Pass bloß auf. So einfach holt mich keiner ein. Sehr schön. Ich finde es halt immer noch krass, dass es Gift gibt. Wie gewinne ich denn durch K.O. in Runde 2. Ich sage mal Runde 2. Wenn es früher ist, ist es noch besser. Genau. Wir haben noch 20 Punkte. Verbessen wir unser Striking noch mal etwas. So. Jetzt haben wir noch eine Woche. Genau. Ich würde natürlich noch ein bisschen gerne Werbung machen. Das Eisbad würde ich jetzt vielleicht auslassen. Dafür dann noch ein bisschen Training. Genau. Was kostet das Eisbad? Okay. Also wenn ich jetzt 50 ausgebe, schaue ich mal, was mein Fitnesslevel macht. Noch ein bisschen Stärke lernen. Genau. Hier noch mal fast alles auf einmal. 103. Das ist noch 20. Ja, da kann man ja locker noch mal hier alles aufleveln. 104 von Fitness. Das passt ja. Das ist ja fast perfekt. 105 ist ja knadenlos perfekt. 106 ist dann wieder ein bisschen zu viel. Ja. Und Fight Week. Sehr gut. Und im mittleren Hype. Immerhin. Da kann ich jetzt nicht meckern. Aber erstmal noch die Vorzüge und Techniken reinhauen. Schauen wir mal. Dann noch ein paar neue Schlagdinger. Die gerade zum Körper ist jetzt Stufe 5. Das tut weh. Das tut weh. Haken zum Körper. Okay. Auch Stufe 5. Ich ergeb ihm. Overhand. Stufe 5. Sauber. Aua, aua, aua. Da werden sich einige wünschen, nicht gegen mich angetreten zu sein. Da haben wir auch alles. Boden habe ich nichts Neues. Submission vielleicht irgendwas cooles noch. Was ich das letzte Mal vergessen habe. Nein. Kombos. Nein. Okay. Okay. So. Mal schauen mal die Vorzügen. Ist da noch irgendwas? Ja. Kopfhäger Stufe 5. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Wir haben echt viel Kohle. Ich habe jetzt echt ein paar Tage nicht mehr gespielt mit dem Charakter hier. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie ich den zurückgelassen habe. Aber gut, ich habe aber noch keinen Kampf verloren, glaube ich. Genau, Gast 9 zu 0, ja. Nachdem ich jetzt noch muskulöser bin, noch eine andere aggressivere Frisur habe, ein bisschen anderen Bart und mehr Tattoos, läuft es eigentlich. Paul Eriksson ist die neueste Sensation der UFC. Wenn man den Reaktionen der Fans auf den Social Media Plattformen glauben kann, dann ist Paul Eriksson nicht nur ein Riesentalent im Wettergewicht, sondern eine echte MMA-Sensation. Beste Weis ist der bevorstehende Kampf gegen Mickey Garland in Toronto, Ontario, in Kanada auf jeden Fall, der dank des unglaublichen Hypes jetzt bereits ausverkauft ist. Er hat also eine treue Fangemeinde hinter sich, die jeden seiner Schritte begeistert verfolgt. Das ist schön. Schön. Richtig schön. Okay, so hier ist er mit viel Fanfare, er macht den Weg nach dem Oktagon. Dieser Mann ist wirklich auf einem hohen Level. Er schreibt, er legt auf diese gewisse Kräfte in diesem Matchup heute Abend. Er ist so gut, zu kontrollieren die Leute auf der Kanada. Nicht nur, sie zu kontrollieren, sondern zu kontrollieren sie, wenn sie zu kontrollieren, sie zu kontrollieren, sie zu kontrollieren. Ah, mein Gott. Das trägt der Schneewe wieder voll auf. So, wenn sie was berechnet, dann fängt die an hier, whoo, Loopings zu machen, gefühlt. Jetzt kommt dort der Mickey Mouse. Screambrook, New Jersey, okay. Steiges Lepplenk, ex-Landes Submission, sechs Kämpfe in Karriere bestritten. Sollte ich nicht doch eher aushauen? Umhauen, umhauen, ausknocken. Ah, der hat auch gescheite Ringe, wenn man sich das mal anschaut. Und da habe ich auch zwei. Holt man sich halt, wenn man da empfindlich ist, was die Ohren angeht. Ist an sich nichts Schlimmes, ist ja eine optische Sache. Und solange die Ohren da auch nicht zugehen, kann man eigentlich nicht meckern. Dann sieht es halt komisch aus. Tut aber irgendwann nicht mehr weh. Und irgendwann meine ich nach ein paar Wochen. Okay, er ist acht Jahre älter, ist etwas größer und hat deutlich mehr Reichweite. Hier ist Bruce Buffer. Und das Spiel ist drei Rounds in der UFC 1-2-8-Division. Er ist ein Fortschritt. Er steht im Spielwerk. Nein, no Schloss. Er steht 6'-3-inches. Er steht 170 pounds. Er steht in der Achtung von Okay, нев Championships. Und es steht vier Rätsch pohlen. und mit einem Professionnel Rekord von 4 Wins, 2 Räuser. Er ist 62,2 Meter tall, wehgt ihn an 170 lb. Mickey Doll! Und wenn die Aktion beginnt, der Räfer in der Octagon ist Mario Yamasaki. Mario Yamasaki dreht die Anwendung hier. Go! Jetzt geht's, Fissbump. Werte er sich auch mal? Ja, jetzt werte er sich, okay. Na, Kick sind schwach. So, komm. Wow, wow, wow. Weg vom Käfig. Wow. Wow. Macht der auch mal was? Ich weiß, die kommen dann wieder mit so fährlichen, blöden Haken, die wir vorhin die ganze Ausdauer wegnehmen. Trotzdem. Oh, kommt's nie durch. Ja, ja, Mickey Doll, was ist da los? Aua, aua, aua. Kann ich wenigstens sagen, aber... Moment. Ich will nix sagen, Mickey, aber ich bearbeite dich grad schon ein bisschen. Na, raus, da raus, da raus, du bist der beste Crappler, nix da. Lass mich doch da nicht einher. Hier. Oh. Zwei Minuten, 45 fast, ne? Jetzt in 2,45. Hälfte. Ja, Superman. Ah, hat nicht getroffen, leider. So weiter geht neulich den echt nur aus, ne? Mein Gott. Na, ich muss da weg vom Käfig. Der hat mich da gut gefesselt. Ja, ich muss da weg, der kontrolliert mich. Jetzt kommen wir da gut zurück. Ja. Ja. Was ist los mit deiner Deckung, Mr. Gall? Hör, Mickey Mouse. Ja. Ah, reicht er zurück. Ja, der kam durch. Nix da raus, 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 raus. Auf das lasse ich mich gar nicht ein. Auf das lasse ich mich gar nicht ein. Nein. Ja, der frisst hier halt gut, ne? Ja. Ich treib mich immer schon gut durch den Ring. Oh, aufpassen. Weil er mir nicht so viel schaden. Ah, da kam jetzt ganz gut. Ja. Okay, da befreit er sich. 20 Sekunden, aber das ist ja ja richtiges. Und... Komm, wir gehen mit dem Takedown noch kurz vor Ende. Es gibt ein paar wichtige Punkte. Und... Auch wenn es langweilig ist, gehen einfach noch ein paar Mal drauf. Schläge holen. Fertig. Hol die Position. Du machst Boxerisch einen tollen Eindruck. Mach weiter so, aber stell dich darauf ein, dass es dein Gegner mit einem Klinsch einen Takedown versuchen wird. Ich weiß. Ich habe jetzt deine Klinschversuche zumindest zwei, drei Mal abgewehrt. Naja, hat's weggeblockt. Es tut mir mehr weh als ihm am Ende. Ah, so ein Knie, wenn man gescheit durchkommt. Aua. Also richtig. Aua. Ja, ich habe die Runde auf jeden Fall dominiert. Ich habe einen Takedown geholt. Seine Klinschversuche mehr oder weniger abgewehrt. Und gut zugelangt. Und hallo, Mädels. Jungs, nicht vergessen. Bussi geben. Und winken. Also macht man bei den UFC, Babe, so. Das ist eine ungeschriebene Regel. So, Micky. Wer drehst du jetzt auf? Ja, jetzt dreht er ein bisschen auf. Aber... Yes. Ich habe ein paar gute Schläge verpasst. Seine Ausdauer ist halt auch wieder fast voll. Ja, ich werde mal auf den Boden gehen. Das ist mir zu wild hier unten. Das ist mir zu wild. Probieren wir gleich mal einen Jock. Probieren wir gleich mal einen Jock aus. Oh ja. Na, klappt nicht. Nehmen wir mal den Top Mount. Ist mir auch recht. Verpassen nicht mehr Damenpaar, wenn das schon anfällig ist. Das tut mir leid. Aber Micky, ich will das Ding hier gewinnen. Ich wollte hier mit dem... Knockout gewinnen. Ja, aber er hat keinen Bock auf das Spielchen. Oh. Oh. Genau wo ich so einen Takedown schießen wollte. Oh, aufpassen, aufpassen. Okay. Soll ich es mir erst mal lassen. Ich weiß genau wie das Spielchen hier läuft. Das ist nicht gut. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich aufpassen. Weg da, weg da, weg da. Raus da. Hallo, ich wollte raus. Yes. Weg von der Schlaghand. Schlaghand ist immer die hintere. Na, der dreht jetzt richtig auf. Die erste Runde war für ihn bloß zum Warnwerden, ne? Oh, nein, nein. Steh auf. Okay. Das war's. Erste Niederlage gegen Micky Klaus. Das war's. Erste Niederlage gegen Micky Klaus. Ich wollte das mal herangehen, weil ich gemerkt habe, er kann da mir nicht groß was anhaben. Und da kam halt dann der, ja, der Uppercut. Und der hat gesessen. Erste Niederlage, meine Damen und Herren. Okay. Aber wer schaut schlimm? Okay, ich habe einen guten Cut abgegriffen. Ich habe beide scheiße aus. Ich hätte das mit dem Takedown und dem Mount und dem Crown & Poundfeld in der ersten Runde machen sollen. Das war von Anfang an. Einfach richtig bearbeiten. In der zweiten Runde hat er dann aufgedreht und das war dann mein Ende. Hm. Schlecht. Aber gut, so lernt man, so lernt man. Wenn du halt weißt, okay. Zwei Niederschläge erzielt. Ja, das war bei mir. Stimmt. Mirkenstrefe habe ich mir gemacht, genauso wie Gesamtangriffe. Take-Nuts 2 von 6. Submission Versuche. Oh, hätte mal weitergemacht, wären die Kämpfe so an mich gegangen. Zumindest nach der ersten Runde. Die gingen auf jeden Fall an mich. Naja. So ist es halt, das Leben, ne? Kampfabend, Boni. Immerhin. Aber leider kein Sieg. Aber ich habe meine Beliebtheit erhöht. Das ist ja schon mal schön. 68.000 aufs Konto. Lohäuft. Sehr gut. Ja, ich sehe gerade die Folge. Geht auch schon 24 Minuten. Täuschende Niederlage. Loll, lass den Kopf nicht hängen. Gibt nichts besseres als die MMA. Ich weiß nicht, warum es immer ein Daumen runter ist, aber okay. I don't know. Did you know that? Megan Olivi. Pech, Viking MMA. Aber wie geht das jetzt weiter? Was haben wir denn da? Danke, Megan. Mit dem Sieg hat es nicht geklappt, aber ein Rematch hätte ich schon sehr gerne. Ja dann. Haben wir es doch. Ein Rematch. Gut. Dann holen wir uns mal für den nächsten Kampf und holen uns gleich mal das nächste Match. Was in der nächsten Folge zu sehen ist. Ohne Facecam erstmal. Okay. Santiago Bonzinibio. Der zerstört mich komplett. Leon Edwards genauso. William Thompson. Gegen den Hammer glaube ich schon mal gekämpft. Aber ganz ehrlich, die anderen sind halt total übertrieben. Genauso wie Mickey Gall. Der war auch total übertrieben der Typ. Es war schon eigentlich klar, dass der mich fertig macht oder mir das Leben schwer macht. Aber na gut. Das war es mit dieser Folge. Die erste Folge mit Facecam. Ich hoffe natürlich, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass doch mal einen Daumen nach oben da. Einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und natürlich ein Abo, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Machs gut. Fitti.